Oh Gott, nein! Alter, ich krieg meine Waffe nicht mehr! Heyo Leute und herzlich willkommen zu Zombie. Ich bin hier am Start, hab in dem kleinen Kabuff hier gepennt und ich muss einen Dietrich finden. Ja, ja, einen Dietrich. Na, okay. Bin ich ja mal gespannt. Findet man den da? Wow! Spiel nicht mit denen rum. Zieh den Stiftchen und hol das Heißding weg. Okay, ja. Verschafft dir Zugang zur Kanalisation. Wow! Boah! Den hab ich gar nicht gesehen! Ja, das ist schön. Oh Gott, da noch mehr. Hä, was? Was passiert jetzt? Ups, das wollte ich nicht. Oh Gott! Noch mehr? Da oben. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Pfff! Mann! Noch mehr? Noch mehr? Wo? Wo? Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hau ab! Hau ab! Bleib da liegen! Das ist... Schrei nicht so, Mann! Oh Gott! Ach, der lebt noch. Ist ja jetzt mal wieder gut hier! Oh leck! Alter! Ey, der Typ nervt da unten. Es reicht! Oh Gott! Oh Gott! Boah! Oh Gott! Nachladen! Schnell! Sag mal! Da ist doch ein Pimmel! Oh Gott! Wow! Lauf einfach! Meine Güte! Hu! Lade mal die Waffe nach. Oder mach eine andere Waffe! Te weg! Tsch 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 Tsch! Fack, Mann! Jetzt! Komm! Wow! Oh Gott! Oh Gott, Mann! Leute! Huh! Erstmal einen Rucksack öffnen! Mann, Mann, Mann So Uh Ich hatte gerade echt ein bisschen Panik, gell Oh Mann Hä, was muss ich hier machen? Warte Hä? Wie geht das? Ah, okay Ich muss jetzt in die Kanalisation Ja, Weltklasse Toll Wow Was, hier ist irgendwo ein Zombie? Oder über mir Hier ums Eck Oh Gott Alter Meine Güte Uh Hallo Ups Oh oh Aufpassen Oh Mann Ja, jetzt ist aber mal Schluss hier, ne? So Oh Gott Ist hier was in der Tasche drin? Nein Oh Mann Hier ist weit und breit kein Zombie Das ist gut Oh doch, da hinten taucht einer auf Hier ist jetzt mal Schluss hier Geh weg, Mann Hau ab Hä, warum Oh Gott Oh Gott Oh was? Ich will meine andere Waffe, Mann Oh Gott Nein Alter Ich kriege meine Waffe nicht mehr Die andere Die Schlagwaffe, Mensch Oh, dann renn jetzt halt einfach davon Was ist das denn für eine Kacke? Oh Gott Oh Gott Hau ab, Mann Ach, jetzt geht's auf einmal Oh So eine Scheiße Oh Gott, Mann Haja, was soll denn das? Ich konnte diese Waffe, die ich jetzt gerade habe, nicht auswählen Bullshit Und dann kommen jetzt so viele Zombies Ernster Ich brauche einen Medikasten, Mensch Einer ist ja noch okay, der da So Pam Oh Mann Warum seid ihr alle leer? Direkt da vorne Hä? Hier werden voll viele angezeigt Hä? Jetzt wieder nur von da hinten? Oh Gott, Mann Ich habe nicht mehr viel Leben Okay, ich muss jetzt da runter Ich brauche Munition Witzende Frau, die Queen Zumindest für eine jahrhundertealte Ex- und Menschengestalt Aber ich sage dir, sie weiß Bescheid Was ist das hier? Die Regierung wollte nicht von der Gruppe Teilung wissen Die Queen schon Hoffentlich schafft sie es nach Indien Das Klima dort ist sowieso besser für Reptilien Mann, 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 Mann Okay, ich muss hier lang Alter Schwede Hat mich das jetzt angekotzt Dass ich diese Waffe nicht auswählen konnte Okay, wir sind im Bunker Kann ich die Tür wenigstens Da ist keine Tür Toll Das sind aber auch keine Zombies Oh Mann, Leute Krass Dieses Spiel macht mich fertig Aber echt nice Hier gibt es hoffentlich keinen Zombies Kommt man hier rein Nein Okay, ich muss hier lang Ach, jetzt muss er sie wahrscheinlich wieder hacken Eine Sekunde Das ist dein Weg hinein Vorsicht, da unten kann ich nicht helfen Du bist auf dich gestellt Ach, kacke, Mann Hä, okay Hier unten sind keine Zombies Ich verliere dich Auto muss abgeschirmt sein Pass auf Sind hier trotzdem keine Zombies Oh Mann Verschlossene Tür Ja, schön Ja, das ist ja immer toll Oh Mann Hey, hier ist der Rabe Okay Wir müssen dem Raben vielleicht folgen Ey, hier geht es sau tief runter Oh, schade, bringt nichts Hier geht es weiter Oh, geil Was zum Schlafen Oh, nice Puh Meine Güte Habe ich jetzt immer noch so, so Ah gut, mein Leben hat sich aufgeladen Jetzt bin ich wieder glücklich, ey Ohne Witz Ohne Witz Ey Ohne das Leben, gell Das wäre echt böse geworden Jetzt gerade Mann Hey, wo geht es denn hoch, Alter So Der Bunker scheint echt riesig zu sein Kann es sein Huh So Komme ich hier irgendwie weiter Hä, warum geht es jetzt wieder nicht So So Und so Wunderbar Gut, hätten wir geschafft So, was gibt es denn hier drin Keine Zombies Finde ich gut Wobei die eigentlich alle leben könnten So Der ist leer Was Skill Und so Kennste Ja, ich weiß Dann müssen Sie gut sein Vielleicht können wir uns hier helfen Entschuldigung Ich muss das erklären In den Wänden sind Monitore und Lautsprecher Ich heiße Peter Knight Assistenzarzt im Royal Household Also, keine Angst Sie sind nicht verrückt Tja Kommen Sie ins Labor Okay Okay Könntest du Vielleicht die Tür hier aufmachen Ach gut Hier sind keine Zombies Das finde ich Weltklasse So Huch Ja schön Endlich wieder Pistolenmunition Ich muss anscheinend hier rein Und dann hier runter Okay Wird gemacht Schiff So Hier runter Ah Toiletten Oh Hi Oh Ähm Okay Es ist eine andere Eine Handfeuerwaffe Was kann die denn Streuung Feuerkraft Okay Ne Meine ist mit Feuerkraft besser Meine ist besser Schalldämpfer hat die hier aber Okay Laufen wir mal mit Schalldämpfer rum Ist vielleicht auch besser Okay Hier komme ich anscheinend nicht durch Ne Mist Gut Dann muss ich wohl wieder zurück So Könnte die Kamera Äh die Dingens hier mal ausschalten So So Äh wo geht es denn hier lang Okay Okay hier bin ich da Vielleicht komme ich jetzt hier irgendwie rein Durch diese Tür Die Tür ist verschlossen Oh das ist doch kacke Ja gut dann würde ich sagen Ähm Oh man wir müssen wohl oder übel wahrscheinlich da lang Ähm wir gehen jetzt hier lang und pennen nochmal eine Runde und speichern Und dann sehen wir weiter wie es in der nächsten Folge weiter geht's So Weil Die 15 Minuten sind gleich erreicht und Oh Gott jetzt Ja jetzt ist es dunkel hier Warte mal Ist War das da Hä Wo ist das da Achso da in die Richtung Yeah Hä Was Ach hier die Tür Okay Ja gut Taschenlampe hilft manchmal wirklich Und äh Machen wir doch die Tür zu Können wir die auch noch verbachrikatieren Ne können wir leider nicht Deswegen gehen wir jetzt nach runter schlafen Und ich bedanke mich fürs Zusehen Wenn euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Bis zum nächsten Mal Und Gute Nacht Meine Freunde Gute Nacht